Arbeitsmarktdaten, Fett, Zinsentscheid, Verbrauchervertrauen, die Woche ist vollgepackt mit neuen Daten und entsprechend, wie werden die Indizes reagieren? Dann haben wir noch den Konflikt in Israel, Gazastreifen, mittlerweile kommt die Bodenoffensive oder nicht? Und ja, Quartalszahlen stehen auch noch an, Apple am Donnerstag, das alles jetzt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zum Wochenausblick bei WallStreetOnline.de, bei WallStreetOnline.tv. Mein Name ist Stefan Klotter, Charttechnik-Experte, Chefredakteur von Fastbreak, einem Börsendienst, der auf technischer Analyse beruht. Ja, die Woche hat es in sich, Mittwoch, Zinsentscheid, es kommt ja darauf an, wie Jerome Powell dann in der Pressekonferenz sich gibt, eher hawkisch oder eher taugenhaft am Entscheid selbst, da sind wir eigentlich schon sehr sicher, dass da nicht mehr an der Schraube gedreht wird. Aber er hat sich ja noch vorbehalten, vielleicht doch noch einmal könnte es sein, man wird sehen. Zu beachten, die USA ist Oberkante, Unterkante hoch verschuldet. Da werden in 2024 Zinszahlungen fällig. Die sind jetzt noch mit 2,5 Prozent behaftet und anschließend müssen wir uns refinanzieren. Und mit 5, 5,5 oder noch höher kann sein, dass da die Politik etwas Einfluss nimmt auf die FED, dass vielleicht sogar schon in 2024 tatsächlich Zinssenkungen anstehen. Arbeitsmarktdaten haben wir diese Woche. Die FED möchte ja im Grunde genommen eher, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist ja das verrückte Szenario. Der Wirtschaft soll es eher schlechter gehen, damit die Preise fallen und die Inflation nicht mehr so hoch sind. Eine starke, resiliente Wirtschaft, starke Arbeitslosenzahlen sieht die FED nicht so gern. Also da wird man sehen, wie die Daten ausfallen. Und ja, wie reagieren die Indizes? S&P 500, zurückgekommen seit dem Juli hoch, um mehr als 10 Prozent mittlerweile. Auch der DAX, die 15.000 mal unterschritten. Und ja, der Nasdaq, trotz Amazon, auch nicht so günstig. Schauen wir auf die Charts. Und zwar beginnen wir mit dem DAX. Und da hatten wir mal, na, Anfang 2023 hatten wir diesen Aufwärtstrend. Und der wurde hier mit einer Doppeltop-Bildung bei 16.000 Punkten verlassen. Seitdem ist die Trendwende im Gang. Und was wir sehen, ist ein sogenanntes fallendes Reieck. In der Abwärtsbewegung handelt sich der Kurs immer wieder an dieser Abwärtsdrendlinie entlang. Hat erstmalig aufgesetzt bei 14.6. Und jetzt ist zu erwarten eine technische Gegenbewegung wieder Richtung First Step 15.000. Und eventuell sogar bis 15.2, ehe dieser Boden nochmal getestet werden könnte bei 14.6. Ja, und dann kommt es darauf an, ob wir den Abwärtstrend eventuell verlassen können oder ob wir tatsächlich nochmal die 14.4 testen. S&P, da haben wir einen Abwärtstrendkanal, muss man ganz klar so konstatieren. Wobei auch aktuell eine technische Gegenbewegung Richtung Oberkante stattfinden könnte. Da wird wahrscheinlich auch der Zinsentscheid dann wieder wegweisend sein. Aber wenn wir uns das Bild anschauen, wir sind in letzter Zeit sehr zuverlässig immer zwischen Ober- und Unterkante dieses Kanals hin und her gependelt. Von daher wäre jetzt die Oberkante wieder dran. Und RSI zeigt eine Überverkaufsituation an. Sehen Sie hier, wir sind jetzt schon wieder unter 30. Von daher könnte hier auch die technische Gegenbewegung unterstützt werden. Mastec, da ist das Problem. Wir sind aus dieser Bullenflacke, muss man sagen, herausgebrochen. Nach unten durchgefallen und könnten jetzt sogar nochmal den Test der 200-Tage-Linie und dieser Unterstützung bei rund 14.000 Punkte sehen. Allerdings, Vorsicht, hier kann es sich tatsächlich auch um einen Bärenfaller, einen Fehlausbruch nach unten handeln. Denn diese Plackenformation ist eigentlich bullisch und das wiederum würde auch für eine kommende Jahresendrallye sprechen. Die dürfte dann natürlich nicht so stark ausfallen. Die beginnt auf einem tieferen Niveau. Aber die Banker wollen ja ihre Brunie ausbezahlt kriegen. Und von daher, ich bin da optimistisch, was zumindest die US-Indizes, was den S&P und den Nasdaq anbelangt. Kurz noch zu Gaza-Streifen, zu Israel. Da, geopolitische Verwerfungen haben historisch eigentlich keine so große Bedeutung, wie man denken würde. Hier wurden Drawdowns, das kann man nachlesen, Statistik, sehr schnell wieder aufgefangen, sodass, wenn dieser Konflikt lokal begrenzt bleibt, da es keine große Auswirkung geben sollte. Wird natürlich dann der Iran involviert und kommt es zur direkten Konfrontation USA-Iran, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Und wollen wir nicht hoffen, weil dann haben wir eine richtige Eskalation. Und von daher, ich bleibe optimistisch. Ich freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder begrüßen darf. Und bis dann.